So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet und was mich jetzt schon total nervt und stört, ist die Bildschirmübertragung. Ich weiß nicht, was schon wieder los ist. Ich muss ja jedes Mal, ich habe hier dieses A-Power-Mirror und immer wenn ich meinen Bildschirm übertragen will, muss ich die App auf dem PC öffnen, muss die App am Handy öffnen, muss den Bildschirm übers WLAN, die müssen beide im gleichen WLAN-Netzwerk sein, ja, dass die sich finden und dass das überträgt, ja. Das soll jetzt auch kein Product Placement sein, das soll keine Werbung sein für A-Power-Mirror. Ich finde die App nämlich total beschissen, also würde ich die auch keinem empfehlen, hat auch 60 Euro gekostet, während man mit anderen Sachen das alles kostenlos und überhaupt, aber ja, jetzt ist es zu spät, jetzt habe ich das, aber wenn ich hier drauf drücke, ist es einmal flüssig und einmal habe ich im Prinzip fast nur Standbild. Jetzt ist natürlich Vorführeffekt da, jetzt sieht es sogar fast flüssig aus. Ah, guck, ich bin schon längst wieder zurück, jetzt hängt es hinterher. Was ist das denn? Wie soll man so denn flüssig Pokémon Go spielen und übertragen, wenn ich hier flüssig spiele und da nur Standbilder ankommen? Aber das ist was anderes. Vielleicht liegt das theoretisch natürlich nicht an der App, sondern an Kabel Deutschland. Grüße an Aluhut an der Stelle und der ist auch gleich das erste Thema, bevor wir direkt anfangen, denn Aluhut hat die Raidmania gewonnen. Ich habe das überhaupt gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass das die letzte Raidmania im Oktober war, letzte Woche Mittwoch, und nach der Raidmania der Endstand gepostet wurde. Ich habe einfach so aktueller Zwischenstand, so. Aber es war nicht der Zwischenstand, es war der Endstand. Die Punkte, die da standen, waren endgültig, man konnte keine Punkte mehr machen und Aluhut war auf Platz 1 der Raidmania und hatte 11 Punkte. Platz 2 hatte nur 5 Punkte. Das war der Puffort, ja. Das seht ihr, der Aluhut hat diesmal richtig fett, ne. Aluhut hat bisher die Raidmania noch nicht gewonnen. Das war das erste Mal, er hat die Raidmania gewonnen und ihr wisst ja, der Raidmania-Sieger darf dann immer für den kommenden Monat sein Lieblings-Pokémon mir geben. Und ich packe das hier rein als Maskottchen. Jetzt habe ich natürlich, weil ich ja vergessen habe, dass das schon das Ende der Raidmania war, ihn gar nicht gefragt, was er für einen Pokémon möchte. Deswegen ist hier unten das Feld jetzt noch schwarz. Da tue ich ja immer bei so Infofolgen das Maskottchen einblenden. Falls für alle, die sich immer wundern, wieso bei der Raidmania auf dem M ein Pokémon sitzt, wieso bei den Infofolgen hier rechts immer irgendein Pokémon zu sehen ist, was gar nichts mit dem Infovideo zu tun hat. Das ist immer das Maskottchen vom Raidmania-Gewinner. Und diesmal war es Aluhut und Aluhut weiß ich nicht. Aluhut tut selten gut, ihr wisst Bescheid. Ich habe ihn eben kurz angeschrieben, habe keine Antwort bekommen. Ist aber nicht seine Schuld, der kann ja nicht direkt zur Stelle sein. Und ich musste mir jetzt was überlegen, weil ich trotzdem fix das Video vor 15 Uhr raushauen wollte eigentlich. Ich habe einfach sein Profilbild mir angeguckt. Und was hat er auf dem Profilbild drauf gehabt? Ein Porrender. Und was hat er letztens bei der Trade Session immer zugeschrieben? Er würde ein Porrender nehmen oder ein Ponita, glaube ich, irgendwas. Auf jeden Fall, wenn das so auf Porrender fixiert ist, habe ich mir gedacht, zack, wir nehmen einfach ein Porrender, fügen das hier ein. Und das Porrender wird uns jetzt den Monat begleiten, wenn das für ihn in Ordnung ist. Ansonsten, wenn er mir im Laufe des Tages sagt, er möchte einen Pissen hier, weil da gerade eins sitzt. Guck, hier sitzt ein... Ach nee, das ist mein Buddy. Das Pissen hier, das ist mein Buddy, das sitzt da gar nicht wild. Dann würde ich das natürlich noch ändern, aber jetzt für den Montag muss das gehen, dass das Porrender da drin ist. Ja, vielleicht ist das sogar das, was er wollte. Weiß ich nicht. Und jetzt das große Thema für heute. Ich habe mir die ganze Zeit gesagt, als Giratina in den Raids war, ich habe ein 100% Giratina mit Beinen. Ich habe kurz bevor Giratina reinkam, noch durch einen Tausch ein fliegendes Giratina bekommen, die gierige Tina, die fliegende Made. Und habe dann gesagt, solange Giratina da ist, werde ich einfach XL-Bombombs sammeln, damit ich das mit den Beinen und das mit den Flügeln maxen kann. Jetzt hatte ich das erreicht, habe die noch nicht gemaxed, dann habe ich gesagt, ich warte bis Darkrai kommt. Wenn Darkrai kommt, da werde ich auch versuchen, 100 Raids zu machen für die XL-Bombombs und dann einen 100er zu bekommen. Das ist immer schön, wenn du während der 100 Raids das 100er kriegst und nicht schon die 300 XL voll hast und das 100er noch nicht und musst dann weitermachen. Das ist dann immer nervig. Jetzt hat das mit Darkrai so lange gedauert und war so episch und so brutal und so kräftezehrend und ihr wart alle dabei, Dass ich nicht die zwei Giratina und Darkrai in dieser Folge maxen werde, ich möchte diese Folge wirklich einfach nur Darkrai widmen und noch kurz auch über Darkrai reden. Wer das jetzt nun also mitbekommen hat, ich habe also wirklich jetzt 100% Darkrai bekommen. Wenn wir hier drauf gehen, sehen wir auch, das ist das letzte Darkrai in meinem Beutel, was ich habe. Ich habe es jetzt aus Spaß Darknet genannt. Ich hatte ja gesagt, wenn jetzt vom NetGhost die Einladung zu dem 100er führt, dann nenne ich es einfach Darknet. Das ist übelst genial. Es war nicht die Einladung von NetGhost. Es war auch leider nicht die Einladung von jemand anderem, sonst hätte ich das mit einem Namensspiel irgendwie versucht zu verbinden. Es war trotzdem noch ein Raid abends in Zaragoza. Ich habe gestern den ganzen Tag in Zaragoza verbracht. Am Wochenende waren die Raids ja vermehrt da, Samstag und Sonntag. Ich habe bei Raids für Zuschauer mich bei jedem Raid selber mit eingeladen. Ich habe jede Raid-Einladung, die ich bekommen habe, von euch angenommen. Da möchte ich mich an dieser Stelle auch nochmal bedanken. Für alle 400 Freunde in meiner Liste, die seit Darkrai da sind, kräftig geradet haben und immer an mich gedacht haben und mich immer mit eingeladen haben. Und die mir die Gelegenheit überhaupt geboten haben, so viel zu raiden. Denn selbst wenn du auch in Zaragoza rumstehst, hast du dann vielleicht mal drei Raids in der Nähe. Dann ist eine Stunde gar nichts. Und das war es halt dann. Und du musst halt wieder warten. Aber du musst nicht warten, wenn diese Stunde, bis was anderes in Zaragoza aufgeht, du überbrücken kannst. Du musst mit 20 Einladungen deiner Freunde, die dich einladen, permanent. Und das fand ich richtig genial. Das hat sehr gut geklappt. Auch die Raid-Stunden, ihr habt das alle mitverfolgt. Die Raid-Stunden hatten wir. Ähm, ich habe die Raid-Stunde tausendmal gespielt. Ich habe da tausend Streams gemacht, wie wir in, äh, wie wir in, ich mach mal kurz hier drauf, dass man auch sieht, dass das ein Hunderter ist, ja. Wie ich die Raid-Stunden in Wellington gespielt habe, in, äh, Tokio gespielt habe, in Eudeli gespielt habe, wie wir die Raid-Mania gemacht haben, ihr eingeladen habt. Ich nochmal im Central Park gespielt habe, ich in San Francisco gespielt habe, ich in Honolulu gespielt habe und das hat alles zu nichts geführt. Und viele Leute waren in den Streams dabei und haben immer geguckt, heute muss es klappen, heute muss es klappen, heute muss es klappen. Andere haben schon gesagt, wie kann man nur so dumm sein und kann so viel Geld in ein Spiel stecken oder wie kann man so viele Raids machen, ist doch total schwachsinnig und sonst wie. Aber, das war mein Ziel, was ich mir gesetzt habe, wenn ich mir ein Ziel setze, auch wenn es dann schwieriger wird, das Ziel zu erreichen, als vorher gedacht, möchte ich mich nicht von diesem Ziel abbringen lassen. Ich möchte durchziehen, bis ich mein Ziel erreicht habe. Viele sagen, ach, mein Ziel ist das. Und dann kommt ein kleines Steinchen in den Weg und dann, ach nee, dann, dann lasse ich es halt doch sein. Kann man machen, aber ich finde, man sollte trotzdem, wenn man wirklich was möchte, man sollte einfach hatnäckig bleiben, hatnäckig sein und einfach durchhalten. Und dieses Durchhaltevermögen hat sich am Ende vielleicht gelohnt, vielleicht auch nicht. Ich kann euch nämlich mal zeigen, wie viele Raids wir am Ende jetzt gebracht haben. Ich habe immer mal einen Zwischenstand gepostet. Ich habe jetzt über 5200 Darkrai-Bomb-Boms, ja. Da viele immer sagen, deine Sonder-Bomb-Boms, diese 2000 oder 3000, die du jetzt mittlerweile hättest, ich habe nämlich schon wieder 1000 gesammelt, kannst du ja in Darkrai stecken und kannst hochziehen. Aber die Logik ist ja, wenn du sowieso 2 Millionen Darkrai-Rates machst, hast du doch so viele Darkrai-Bomb-Boms, dass du da keine Sonder-Bomb-Boms reinstecken musst. 5000 normale, 2000 XL-Bomb-Boms und es war, passt auf, Nummer 663, der 663. Raid von Darkrai. Ich hätte da ein bisschen tricksen können, beziehungsweise hätte ich das schlauer gemacht, wäre das jetzt anders, da würde da genau 666 stehen und das wäre noch lustiger, dass man sieht, das 100%ige war die Nummer 666, wuhu, Darkrai. Und das noch an Halloween, weil gestern ja Halloween war, habe ich aber ein bisschen vermasselt und das wäre auch nicht ehrlich gewesen. Ich hätte euch dann flungern können, denn als ich das hatte, habe ich immer noch meinen täglichen Pass gehabt vom Tag davor und meinen täglichen Pass von gestern. Ich hätte also, nachdem ich das 100er habe bei 663 in Zaragoza noch fix die zwei freien Pässe wegmachen können für Darkrai, dann hätte ich 664 und 665 gehabt und mit dem täglichen Pass vom Montag von heute hätte ich noch ein Darkrai gemacht und hätte dann 666 auf dem Counter gehabt. Hätte die letzten drei einfach gelöscht, hätte mich heute hierher gesetzt und hätte gesagt, da ist das 100er da. Guck, das letzte Darkrai, was ich gemacht habe, ist das 100er da, genau bei 666 Countern. Da hätte ich euch schön anflungern können, aber das wäre übelst cool gewesen. Aber ich wollte ehrlich sein und deswegen habe ich dann gedacht, ich nehme die zwei Pässe und mache einfach noch zwei Mega-Absol-Rades, die da gerade in der Nähe waren. Einfach nur nochmal, dass vielleicht davon nochmal ein Shiny abspringt oder dass ich da nochmal Mega-Energie mitnehme, bevor ich jetzt irgendeinen Einer-Rade mache. Mache ich halt Absol, gleichzeitig haben die zur Champion-Medaille dazugezählt, die ich auch irgendwann mal auf Platin haben möchte. Und weil ich von Darkrai eben halt, ich brauche jetzt eigentlich wirklich gar keine Darkrai-Rades mehr machen. Das ist es ja. Aber Mittwoch kommt ja nochmal die Raid-Stunde, ist ja nochmal die Raid-Mania und da nehme ich natürlich euch an, wenn ihr für Darkrai einladet, nehme ich natürlich an. Denn da geht es ja um das Format Raid-Mania und eure Punkte und dass das am Leben gehalten wird. Da kann ich ja jetzt nicht sagen, ich mache keine Darkrai-Rades mehr, ich setze aus am Mittwoch. Also könnte ich machen, das ist ja mein Kanal, aber möchte ich dann nicht. 663 Raids sind ganz grob umgerechnet für mich, also 663 Euro, wo man sagen würde, das ist doch übelst krank, das ist doch total Mist und oh mein Gott und hin und her. Aber ich finde, es läuft einfach richtig gut mit dem Kanal, es macht Spaß, es ist toll, ihr fiebert damit, ich möchte euch was bieten, ich selber will was erreichen, ihr spendet immer fleißig, ihr schickt mir Fan-Pakete, ihr steht da hinter mir und unterstützt einen, sonst was. Da möchte ich nicht so ein Standard-YouTuber sein, der sagt, ja ich mache täglich meinen Pass weg und der Rest ist mir egal, geht mal weg da. Ich möchte wirklich so, nein, ich möchte das, was ich von euch bekomme, auch nutzen, um auch wieder was zu bieten oder zu zeigen oder was Besonderes und herauszustechen. Und ihr gebt mir viel, ich möchte mich darauf nicht ausruhen, deswegen, ihr gebt mir viel und dadurch ist das auch möglich, dass ich dann auch viel machen kann, ja. Und dann nehme ich das, was ich von euch kriege und investiere das eben wieder in den Kanal, wieder in Content. 100%, das ist das ganze Ding dahinter. Jeder hat Hobbys, manche die fliegen zehnmal im Jahr in die Türkei, manche wollen immer das neuste, beste Handy haben, manche brauchen dicke, fette Goldkette, sonst was. Jeder kann ja sein Geld investieren, wie er möchte, ich mache es für das, weil das ist mein Hobby, das ist meine Leidenschaft, das bringt mich mit euch, der Community, dem Kanal, alles, das ist ein ganz großes, rundes Ding für mich, was mir wirklich einfach Spaß macht, deswegen habe ich kein Problem damit, Geld in mein Hobby zu investieren, ja. So, 1000, äh, 2136, wir können mal ganz kurz gucken, Dark, Rai und Schilland, wir haben insgesamt nämlich jetzt auch 38 Shinies von dem Teil, und das beste Shiny, was ich habe, ist ein 21, 22, das ist ein 96er, aber leider mit 13 Angriff, wir haben hier noch ein 93er mit 15 Angriff, aber was, brauchst du nicht, ne, ich habe, ich habe so viele 98er auch von dem Teil, da brauche ich das andere nicht hochziehen, so, 38 Shinies haben wir hier, wie viele Shinies habt ihr jetzt, könnt es ja mal reinschreiben, ganz lustig ist hier unten das, das 2048, denn das ist das Schlechteste, was man aus dem Raid kriegen kann, das ist das 100er von unten, ja, das hat nämlich 10, 10, 10, das ist dasselbe wie 15, 15, 15, nur als 10, 10, 10, manche sammeln sogar sowas, und das als Shiny zu haben, ist eigentlich auch was ganz Besonderes, jetzt möchte ich aber von den Schillernden wieder weg, möchte auf die normalen Dark Cry wieder drauf, habe die nochmal nach WP sortiert, habe auch noch ein paar jetzt aufgehoben, ich muss sie immer mal wieder wegschmeißen, und da kann ich euch gleich noch zeigen, dass ich sogar insgesamt 4 Stück von den 2048ern habe, aber ich habe auch schon eins weggeschmissen, das heißt, eigentlich habe ich insgesamt 5 Stücke gehabt, andere haben 500er bekommen, und ich habe 5 mal das Schlechteste bekommen, kann man sich jetzt darüber freuen, weiß ich nicht, theoretisch kann man die auch alle wegschmeißen, und man könnte dieses Shiny aufheben, als Erinnerung, weil mit den anderen hier machst du eigentlich nichts, ich habe nur gedacht, du hast 2 Stück, eins reicht, habe eins weggeworfen, und habe danach einfach nochmal 2 normale, und ein Shiny bekommen, vom 2048er, ist das jetzt wertvoll oder nicht, würdet ihr die alle aufheben, die 48er, oder würdet ihr die auch wegschmeißen, und nur das Shiny aufheben, könnt ihr auch mal reinschreiben, ist natürlich 67%, und weniger geht nicht aus dem Raid, und dann habe ich hier also ganz viel gesammelt, ich habe damals auch schon welche gehabt, 2 habe ich damals nämlich schon auf 40 gezogen, das ist das hier vom 4.11.2020, das ist ein 98er, das hier ist auch ein 98er, das ist jetzt das 100er, das heißt, dieses 100er, wollen wir jetzt auch wirklich einfach mal maxen, kriegt 2.091 WP dazu, und kommt auf 4.227, jetzt klingelt mein Wecker, den machen wir aus, und wir geben auch gleich noch eine neue Attacke mit drauf, haben dann hier Finte, Matschbombe, und Spukball, was ist das beste Moveset, ihr könnt es ja mal reinschreiben, was man da machen sollte, ich weiß da immer nichts, man könnte den als reinen Unlichtangreifer spielen, aber Spukball kann man ja auch mit draufpacken, vielleicht Matschbombe nochmal umpacken, auf einen anderen Unlichtmove, so dass man zwei Unlichtmove hat, und als Ausweich eben noch den Spukball dabei, nächste Frage ist, was mache ich jetzt mit den ganzen XL-Bombombs, ich habe jetzt einen Hunderter auf Level 50 gezogen, macht man sich da jetzt eine 6er Armee, und ziehe die 98er auch noch auf 50, ich könnte also das auch noch auf 50 ziehen, es hat ja eine gute Bewertung, es ist ja ein 98er, vor allem mit 15 Angriff, ich könnte das noch hochziehen, dann hätte ich 3, und dann seht ihr hier, ich habe noch ein 98er mit 15, ich habe noch ein 98er mit 15, dann habe ich ein 98er mit 14, das ignoriere wir mal kurz, da ist noch ein 98er, da ist noch ein 98er, da ist noch ein 98er, und hier ist noch ein 96er mit 15 Angriff, und das wäre das 6. Ich könnte also eine komplette 6er Darkrai Armee auf Level 50 ziehen, ist das aber sinnvoll, ich weiß es nicht, ich habe genügend Ressourcen, jetzt ist aber die Frage, was passiert denn in Zukunft, würde es vielleicht nochmal eine Levelerhöhung geben, von Level 50 auf Level 60, alle haben gesagt, Level 40 ist Schluss, mittlerweile sind wir bei Level 50, ist jetzt Level 50 Schluss, oder gibt es irgendwann nochmal Level 60, und vielleicht braucht ihr dann von Level 50 auf 60 nochmal 600 XL Bonbons für das Level ab, dann wäre es natürlich schön, wenn ich nicht alle ausgegeben hätte, und könnte ganz gemütlich meinen Darkrai von Level 50 auf 60 ziehen, aber das sagt ihr, ihr könnt entscheiden, ihr schreibt rein, wer sagt, hebt die auf, 1 reicht, oder wer sagt, push alle 6, dann werde ich nämlich demnächst, wenn ich dann das Giratina Video mache, vielleicht nächsten Monat Giratina maxen, und wenn ich die 2 max, werde ich dann auch die Darkreihe noch maxen, und das 6er Team basteln, wenn die Mehrheit sich dazu entschieden hat, ich werde gucken, wer dazu im Kommentarbereich was hinterlässt, wenn die Mehrheit sagt, nee, 1 reicht, dann ziehe ich nur die 2 Giratina hoch, so, das ist also alles, 4227, habt ihr auch so 1, ja, viele von euch haben ein 100er bekommen, ich habe es gesehen, aber, die meisten haben das gleich beim 5., 6., 10. Rate bekommen, haben natürlich keine XL Bombons, und keine normalen, habt ihr das also, wer hat auch ein 4227er, und was für ein Moveset habt ihr da drauf, das war es von meiner Seite aus, alle die ein 100er haben, können auch reinschreiben nochmal, wie viele Versuche sie gebraucht haben, meins war also 663, es ist nicht so krass wie Mewtwo geworden, da waren es ja 783, aber es ist schon schlimm genug, das heißt, ich werde es in nächster Zeit jetzt trotzdem wieder ruhiger angehen lassen, Terrakium kommt, will ich die ganze Zeit jetzt 100er haben, aber ich werde bei Terrakium einfach warten, wenn es bei der Raid Mania passiert, dass das 100er kommt, ist okay, wenn es durch den täglichen Raid passiert, ist okay, aber Terrakium ist dann jetzt nicht so wichtig, wie Darkrai, weil du kannst Terrakium ja auch tauschen, und kannst es auch durch einen Lucky Trade bekommen, als 100er, Darkrai konntest du nicht tauschen, Darkrai ist ein mysteriöses, Darkrai musstest du selber, aus dem Raid ziehen, deshalb war das so wichtig, das zu raiden, das war es von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses, und beantwortet bitte die Fragen, es ist wichtig, ich weiß nicht, was ich machen soll, Bruder, und ob die Ende passt, das musste Aluhut mir aber sagen, tschau.